Was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute zeige ich euch mal meine Top 5 Carplay-Apps. Falls ihr auch einen 205er fahrt und immer noch nicht wisst, wie ihr Carplay nachrüsten könnt, checkt gerne mein letztes Video aus. Das habe ich euch jetzt oben rechts in der Infokarte verlinkt. Dort habe ich euch erklärt, wie man bei jedem W205 Carplay nachrüsten kann. Gut, das dazu. Ich würde sagen, legen wir direkt mit der ersten App los. Und zwar geht es um die Clever Tanken-App. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Ist eigentlich selbsterklärend, wie man sehen kann, sind hier die aktuellen Tankstellenpreise eingeblendet von den Tankstellen aus meiner Umgebung. Das Ganze ist natürlich auch ebenfalls eine normale iPhone- bzw. Handy-App. Am Handy sieht der ganze Spaß dann so aus. Hier hat man nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten als in der Carplay-Variante. Hier kann man halt die ganzen Suchkriterien einstellen. Und die Suchkriterien, die man hier eingibt, die werden auch im Carplay übernommen. Ich ändere da eigentlich gar nichts, weil ich tanke immer Super E5. Ich tanke meistens hier bei mir in der Umgebung. Dementsprechend habe ich den Suchradius einfach mal auf drei Kilometer eingestellt. Falls ich doch mal irgendwo unterwegs sein sollte, dann kann ich das Ganze natürlich am Handy nochmal umstellen. Das Ganze kann man dann hier entweder, wenn man hier oben auf die drei Striche drückt, machen. Oder ganz einfach, wenn man diese Lies hier runterzieht. Dann gibt man einmal die Postleitzahl ein, den Suchradius. Antriebsart, konventionell. Das bedeutet einfach stinknormaler Kraftstoff. Kann man das natürlich ändern auf Elektro. Dann kann man sich die Ladesäulen in der Umgebung anzeigen lassen. Bei mir ist es aber wie gesagt konventionell. Dann kann man den Kraftstoff nochmal genauer auswählen. Was genau man haben möchte, also wie man sehen kann, gibt es da wirklich alle Möglichkeiten, die überhaupt möglich sind. Also allein von GTL-Diesel, HWO-Diesel, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Die Option gibt es aber trotzdem. Also ja, auch hier Bioethanol, das ist ja wirklich sehr, sehr selten. Trotzdem hat man hier wirklich alle Optionen, um dann wirklich die passende Tankstelle in der Umgebung finden zu können. Und natürlich auch, um die Preise zu vergleichen. Das ist für mich persönlich der wichtigste Punkt bei der App. Gut, weil es um die Carplay-Variante geht, würde ich sagen, packe ich mein iPhone mal wieder weg. Und wir gucken uns das Ganze hier nochmal an. Habe ich aber gerade eben schon gezeigt, wie gesagt, den Filter setzt man bei sich am Handy. Dann hat man hier die Liste ganz normal, kann runterscrollen. Sagen wir jetzt mal, okay, ich möchte jetzt an die Günstigste, ich möchte zur Idee. Kann man draufdrücken. Und dann kann man sogar direkt eine Route starten und das Ganze wird dann in Google Maps übertragen. Man kann direkt hier im Carplay mit Google Maps zu der Tankstelle navigieren. Hier kriegt man sogar noch ein paar weitere Informationen. Hier kriegt man die Straße, die genaue Anschrift angezeigt, die Öffnungszeiten. Nochmal den Preis Super E5, vergleichsweise sogar direkt Super E10 Preis, falls man sich nochmal überlegen sollte, okay, tanke ich jetzt E5 oder E10. Mit dem Stern kann man die jeweilige Tankstelle dann als Favorit markieren. Und wenn man jetzt einfach mal kurz zurückgeht, kann man sehen, okay, neben der Liste, neben der Karte haben wir noch den Reiter Favoriten. Wenn wir jetzt auf Favoriten draufgehen und ich auch mal irgendeine Tankstelle als Favorit ausgewählt hätte, dann würde die hier auch in der Liste angezeigt werden. Das habe ich aber nicht gemacht. Wie gesagt, ich benutze eigentlich wirklich meistens einfach nur diese Standardübersicht. Man hat hier oben, wie gesagt, noch diese Karte. Da kann man auch nochmal hier die einzelnen Tankstellen anwählen. Und da wird auch nochmal genau gezeigt, welche Tankstelle das ist. Da kann man hier auch tatsächlich in der Karte navigieren. Dann kann man hier ein bisschen nach oben scrollen, nach unten scrollen. Das Ganze ist jetzt natürlich, wenn man kein Touchscreen hat, ein bisschen fummeliger zu bedienen, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber das hat jetzt weniger mit der App zu tun, sondern mehr einfach mit meinem Fahrzeug, was ich hier habe. Aber ich denke, für Leute, die ein Touchscreen im Fahrzeug haben, ist das Ganze natürlich viel einfacher zu bedienen. Ich persönlich nutze diese Ansicht sowieso nicht. Ich habe meistens diese Auflistung hier offen, einfach nur um zu kontrollieren, okay, wo liegen gerade die Tankpreise, lohnt es sich, soll ich jetzt nochmal da hinfahren oder nicht. Und das ist für mich auch der wichtigste Punkt in der App. Trotzdem ist es natürlich cool, dass man so viele Möglichkeiten hat, mit der Karte, mit den Favoriten, mit dem Filter, den man ganz genau setzen kann, wie man ihn haben möchte. Dementsprechend ist es wirklich meine allerliebste Carplay-App. Ist auch lange Zeit meine einzige Carplay-App gewesen, um ehrlich zu sein. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Carplay-App und zwar Audios Play. Das Ganze ist quasi einfach eine Art Internetradio. Man hat hier die Startseite, da wird einem angezeigt, was hat man zuletzt abgespielt. Ist eigentlich auch echt selbsterklärend. Wir haben hier einmal die Startseite mit den zuletzt gespielten Sendern. Kann ganz normal runterscrollen, dann kriegt man hier nochmal ein paar Empfehlungen angezeigt. Dann kann man hier oben auf den Reiter Radio gehen. Da kriegt man dann eine komplette Auflistung mit verschiedenen Kategorien. Und ja, da findet man eigentlich immer irgendwas. Also es ist eigentlich echt geil. Das Ganze ist kostenlos. Man hat keine Werbung, außer halt die Werbung, die in den Radiosendern läuft, logischerweise. Hier oben hat man noch die Option, sich Podcasts anzuhören. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, um ehrlich zu sein. Mal gucken, Comedy ist hier irgendwas Bekanntes? Oder sind das hier nur irgendwelche kleinen? Okay, jetzt ist hier ein bisschen was Russisches, okay. Ja gut, ich habe mein Handy eine Zeit lang auf Russisch eingestellt gehabt, auf russischer Sprache. Deswegen kriege ich hier auch nur russische Sachen empfohlen. Aber gut, zu Podcast kommen wir gleich noch. Da habe ich noch eine andere Carplay-App für euch. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns noch den Reiter Musik an. Da habe ich auch noch gar nicht reingeguckt. Okay, hier hat man aufgenommene Sender. Ach krass, okay, dann kann man sich hier quasi so Songs aus dem Radio aufnehmen und zusätzlich Podcasts runterladen, damit man nicht die ganze Zeit über das Datenvolumen streamen muss. Ist auch eine coole Option. Gut, das war die App Audios Play. Das ist quasi so ein kleines Internetradio fürs Carplay. Gehen wir rüber zu Brave. Wie man sehen kann, hat man hier im Carplay nicht so viele Optionen. Was hier aber der Punkt ist, wie man direkt sehen kann, Brave Playlist später abspielen. Das Ganze ist ein Audio-Player. Wenn ich die App auf meinem Handy öffne, sieht das Ganze wie ein stinknormaler Browser aus. Ich kann hier aber zum Beispiel auf YouTube gehen. Genau, hier ist schon das Ding aufgeploppt. Wir stellen vor die Brave Playlist. Da stellen Sie Playlists mit Inhalten, die Sie lieben, fügen Sie Medien von jeder Seite hinzu. Sie können jederzeit spielen, sogar offline. Genau, das ist einfach so ein kleiner Audio-Player. Da kann man zum Beispiel auf YouTube, ja komm, nehmen wir einfach mal das hier. Ja gut, das ist 49 Minuten lang. Podcast ist wahrscheinlich nicht so ein gutes Beispiel. Um das jetzt mit Datenvolumen runterzuladen. Gut, nehmen wir mal einfach mal dieses 1 Minuten Hunde-Video. Dann habe ich das Ganze hier einmal zu später abspielen hinzugefügt. Dann würde ich sagen, aktualisieren wir das Ganze im Carplay nochmal. Ein Element, zack. Und man kann sich das Ganze in Audioform hier im Carplay abspielen lassen. Also Videos kann man sich hier leider nicht abspielen lassen. Allerdings ist das im normalen Carplay ohne jegliche Jailbreaks, ohne irgendwelche Mods oder Hacks oder irgendwas sowieso nicht möglich. Das Ganze ist ganz gut für Podcasts. Deswegen wollte ich euch am Anfang auch das Ganze mit einem Podcast zeigen. Hier dieses Hundetest-Video tut es aber auch. Im Carplay selber haben wir dann noch eine einzige Einstellung, die man treffen kann. Und zwar Wiedergabe erneut starten. Sprich, wenn die Playlist ausgelaufen ist, ob die wieder von neu starten soll, sich ständig wiederholen soll. Oder wenn das letzte Video aus der Playlist abgespielt wurde, einfach stoppen soll. Gut, das war Brave. Die nächste App ist On The Way. Wie man sehen kann, erstmal unscheinbar, das ist einfach nur eine Karte. Könnte man meinen, aber ich kann hier jetzt suchen. Ich würde sagen, ich gehe mal auf Letzte suchen. Kassel habe ich als letztes beispielsweise mal eingegeben zum Testen. Das Ganze lädt einmal die Route. Und wie man sehen kann, kriegen wir hier Temperaturen angezeigt. Das ist eine Wetter-App kombiniert mit Google Maps. Und das Geile ist, das ist auch Uhrzeit basiert. Das bedeutet, ich bin jetzt gerade hier. Wir haben 23 Grad. 20.17 Uhr haben wir jetzt gerade in Neuwied. Wenn ich jetzt nach Kassel fahren würde, würde ich um 21.27 Uhr ankommen. Und dort werden es dann 20 Grad sein. Eine sehr, sehr geile App. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die noch nicht benutzt habe. Aber die Idee ist richtig geil. Es funktioniert super bis jetzt. Das Ganze basiert, wie gesagt, auf Google Maps. Beziehungsweise, ich glaube, das ist sogar Apple-Karten, wenn ich mich nicht irre. Man kann auf jeden Fall hier die Route dann starten. Zum Ziel navigieren. Fast klar für die nächsten 11 Kilometer. Klar danach. Genau. Da wurde ganz kurz nochmal eine kleine Wettervorhersage hinzugefügt. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade auch hier mal rausgehe auf diese Standardansicht, die ich auch immer habe hier drüben. Genau. Hier hat man dann noch standardmäßig die Navigation. Hier kriegt man die nächste Navi-Ansage angezeigt. Und hier kann man immer noch seinen Podcast oder sein Video bei Brave wiedergeben. Ah ne, guck mal. Das sieht doch hier schon mal ein bisschen besser aus. Man hat hier diesen Button. Wenn ich jetzt zum Beispiel da drauf drücken würde, dann wird einfach die große Ansicht angezeigt. Man kriegt hier diese fetten Icons mit diesen Wettersymbolen. Jetzt kriegen wir hier auch einen Pfeil angezeigt. Und wenn wir da drauf drücken, hat man dann diese Standard-Navi-Ansicht, die ein bisschen näher ist. Und dann hat man auch ein bisschen mehr Übersicht. Genau, also wie man sehen kann, hat man hier nicht viele Optionen. Ich sehe gerade, hier steht sogar Apple-Karten. Trotzdem bin ich so lost und sage am Anfang, dass es Google Maps passiert ist. Ja, moin. Genau wie man sehen kann, ist diese Wetterthematik einfach das Hauptding bei dieser App. Ich finde die Idee richtig, richtig nice. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich das das erste Mal benutzen kann. Aber so macht es auf jeden Fall einen guten Eindruck. Hat jetzt keine Werbung oder sowas drin. Dadurch, dass das Ganze auf Apple-Karten basiert, kann man jetzt auch sagen, dass das Ganze echt zuverlässig ist. Jetzt tritt vielleicht wieder die Diskussion auf. Google Maps versus Apple-Karten. Jeder soll natürlich nutzen, was er möchte, aber Apple-Karten ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Obwohl ich selber auch lieber Google Maps nutze zum Navigieren. Kommen wir zur letzten App. Und wie vorhin schon gesagt, geht es um Podcasts. Es ist nämlich die Standard-Apple-Podcast-App. Genau, also das ist einfach die Carplay-Variante von der Apple-Podcast-App. Ich muss sagen, was ich hier ganz cool finde. Meistens hat man ja das Problem, dass man bei der Carplay-Variante von der App keine großen Optionen hat, um irgendwelche Sachen zu suchen oder sowas. Aber hier hat man wenigstens diesen Entdecken-Reiter, wenn man auf schnelle Welle noch irgendwas abspielen möchte. Wenn man gerade am Fahren ist und nicht sein Handy zücken möchte, kann man sich hier trotzdem ohne Probleme irgendwas auswählen. Es gibt hier wirklich Top-Folgen, Top-Podcasts, irgendwelche Empfehlungen oder sowas. Und da findet man auf schnelle Welle ganz kurzfristig mit Sicherheit auch was Interessantes. Das ist ganz cool. Dann hat man natürlich hier oben rechts die Mediathek, die man vorher bei sich am Handy füllen kann. Das Ganze kann ich hier am Handy zum Beispiel einmal demonstrieren mit Edeltalk. Dann kann ich den folgen. Genau, jetzt nicht. Und das Ganze ist hier jetzt automatisch in der Mediathek mit reingekommen. Zuletzt aktualisiert. Sendungen, da hat man dann nochmal eine Auflistung. Kann hier natürlich reingehen. Und dann hat man automatisch ganz oben die neueste Folge. Und hier unten werden, glaube ich, noch knapp fünf Folgen angezeigt. Ne, sogar ein bisschen mehr. Die oberste, die aktuellste. Und dann hat man insgesamt acht Folgen, die man auswählen kann. Jetzt wird mit Sicherheit der eine oder andere sagen, Max, was laberst du da? Ja, was für Apple Podcast App. Das ist eine Standard App. Was will ich mit Podcasts hin und her? Also erstmal, ja, es ist eine Standard App. Das Ganze ist auf dem iPhone vorinstalliert. Und dementsprechend auch automatisch im Carplay drin. Aber meiner Meinung nach haben das nicht so viele Leute auf dem Schirm. Ich persönlich höre mir nämlich letzte Zeit auf längeren Strecken sehr, sehr gerne Podcasts an. Ich finde es halt einfach anstrengend, wenn man irgendwie drei Stunden unterwegs ist oder sowas. Und dann die ganze Zeit Musik hört. Irgendwann hat man keine Songs mehr, hat schon alles gehört, was man hören wollte, weiß nicht mehr weiter. Und keine Ahnung, da ist so ein Podcast viel entspannter. Kann man entspannt cruisen, ein bisschen mit Tempomat vielleicht auch, ein bisschen zuhören. Und da vergeht die Zeit auch relativ schnell. Wenn man dann wieder irgendwie unbegrenzt hat, ein bisschen ballern will, kann man natürlich wieder Musik hören. Ja, mache ich auch. Aber so, wenn man einfach nur entspannt von A nach B reisen will, sind Podcasts wirklich underrated, meiner Meinung nach. Deswegen geht eine klare Empfehlung raus für diese Apple Podcast App. Das Ding ist kostenlos, das Ding ist vorinstalliert, hat eine geile Benutzeroberfläche, weil es von Apple selber programmiert ist. Und dementsprechend ist das für mich echt ein No-Brainer. Gut, Freunde, das sind meine fünf Lieblings-Carplay-Apps gewesen. Das ist jetzt übrigens keine bestimmte Reihenfolge gewesen mit Platzierung oder sowas. Das sind einfach die fünf Apps, die ich am liebsten benutze und die ich auch auf jeden Fall empfehlen würde. Wenn ihr weitere geile Carplay-Apps habt oder auch Feedback zu den gezeigten Apps geben wollt, schreibt das wirklich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde mich mega freuen, wenn wir uns da wieder mal ein bisschen austauschen könnten. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.